Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an, frag einen Aussteiger, ein Ganggerl über Piratenüberfälle und 33 Jahre auf der See. Ja, eine neue Folge von Hyperball, frag ein Klischee, obwohl Klischee ja mittlerweile eigentlich nicht mehr die Fragen, einfach mittlerweile irgendwelche Leute, die was Interessantes zu sagen haben. Und ja, hier haben wir heute einen Aussteiger. Ich bin einfach mal gespannt drauf. Ich feiere die Videos von Hyperball eigentlich immer, deswegen würde ich sagen, ziehen wir uns einfach mal rein. Mal gucken, ob es meine Frage reingeschafft hat. Einmal habe ich es in der Episode geschafft bis jetzt, und zwar bei Frag einen Mönch. Da habe ich es mit meiner enorm wichtigen Frage, ob die im Kloster WLAN haben, in die Folge geschafft. Ja, mal gucken, ob das hier auch der Fall sein würde. Ich denke nicht, denn ich habe gefragt, ob er auf seinem Schiff WLAN hat. Ich denke nicht, dass ich diesmal in der Folge drin sein werde, aber wer weiß, wir schauen rein. Let's go! Mein Name ist Wolfgang Clemens, aber alle nennen mich Ganggerl. Ich habe zwölf Jahre lang... Hallo Wolfgang Clemens, aber wir nennen ihn ab jetzt einfach Ganggerl. ...in meiner Einfahrt ein eigenes Segelboot gebaut und anschließend meinen Job und mein Haus aufgegeben, um die Welt zu segeln. Seit 1988 bin ich also unterwegs und habe über 100 Länder besucht und dabei zu Wasser und zu Land neunmal die Welt umrundet. Stabiles Pensum, würde ich sagen. Stabiles Pensum. Neunmal die Welt umrundet. Ist die Folge richtig gerinnert? Ja, ist es eigentlich. Hallo Ganggerl. Cyberbug 2077 möchte von dir wissen, warum bist du ausgestiegen? Ich hatte also ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich bin also Kunstschmied, habe in München Kunst mitgelernt und war dann eigentlich recht erfolgreich. Ja, ich habe für den späteren Papst Benedikt gearbeitet und... LOL. Er hat für Papst Benedikt gearbeitet? Ja, Ehre. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Okay, krass. Ich war dann eigentlich recht erfolgreich. Ich habe für den späteren Papst Benedikt gearbeitet und irgendwann ist mir das alles zu viel geworden. War damals schon ein recht reiselustiger Mensch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, hier, die große Freiheit bedeutet ein Schiff und darum habe ich mir eine Yacht gebaut. Tarek fragt sich, woher wusstest du, wie man ein Boot baut? Ja, das ist also gar nicht einfach zu beantworten. Aber ich bin also ein Tausendsasser, der aus jeder Situation was machen kann. Und da habe ich mir das einfach zugetraut, als Nichtsahnender, mir ein Schiff zu bauen. Geil, Alter. Ganz ehrlich, Leute, morgen gehe ich in meine Einfahrt und dann baue ich mir selber ein Auto. Warum soll ich mir eins kaufen? Warum denn? Wenn er ein Boot bauen kann in seiner Einfahrt oder eine Yacht, dann kann ich doch wohl auch ein Auto bauen. Meine Fresse, was ist denn mit mir? Die Voraussetzung war natürlich, ich bin also gelernter Kunstschmidt. Ich kann mit Eisen umgehen und war also Monate oder Jahre vorher, nach der Kunstschmidt-Lehre, war ich also Müllenbauer. Und das hat mir also alles geholfen, mich an dieses riesige Werk eine Yacht zu bauen. Geholfen. Lol. Isolde Baden fragt sich, wohin ging deine erste Reise? Die erste Reise war schon mal recht spektakulär. Es ging also die Donau runter, damals durch die ganz kritischen Balkanländer. Ich hatte ja eine riesige 16 Meter Yacht mit 2,30 Meter Tiefgang. Und alle haben gesagt, du kommst niemals die Donau runter, weil kurz vor dem eisernen Vorhang unten in Rumänien ist die Donau bloß drei Meter tief und manchmal noch viel weniger. Aber ich hab mir's trotzdem zugetraut und es ging gut. Junge, so ein geiler Typ, ne? Juckt ihn gar nicht aus dieser, ja, du kannst da mit dem Boot nicht durch, das ist nicht so tief da. Ja doch, ich fahr einfach. Das Mittelmeer ging es also rüber in die Karibik und mir hat die ganze Sache recht gut gefallen. Und da habe ich mich entschlossen, weil viele Enttäuschungen habe ich vorher erlebt und habe mir gedacht, ah, du segelst zehn Jahre um die Welt mindestens. Und jetzt sind es eigentlich schon 33 Jahre, wo ich unterwegs bin. Ayla La fragt sich. Ich frage mich gerade, wie finanziert er das? Also er wird natürlich Geld gehabt haben, gerade am Anfang, weil er ja erfolgreich Kunstschmied war und so. Hat aber ja auch sein Haus aufgegeben und so, da wird auch nochmal Geld von da sein. Aber für 33 Jahre brauchst du wahrscheinlich ein bisschen mehr Parader dann doch. Wie haben deine Freunde und Familie reagiert? Da sie mich vorher schon kennengelernt haben, dass ich ja die unmöglichsten Sachen getrieben habe, Drachen fliegen, Fallschirmspringen etc., wussten die alle, dass ich also schon ein Exot bin. Und die haben mir alles zugetraut. Und so haben sie mir also mit Sicherheit auch verstanden, dass ich also nach vielen, vielen Jahren meine Reisen dann nach hinten ausgedehnt habe und eigentlich jetzt nicht mehr zurückkommen will. Hast du Kinder? Ja, ich habe also zwei Kinder aus der ersten Ehe und einen 15-jährigen Sohn in Afrika, der jetzt in Deutschland wohnt. Und der... Und der... Stabil, ja. Also ihm wird nicht langweilig während seiner Reise scheinbar. Ja, er hat Spaß. Stabil, ja. Sohn in Afrika, der jetzt in Deutschland wohnt. Und der kommt auch ab und zu zu mir aufs Schiff. Eli Hoover fragt sich... Ehre. Wurdest du schon mal von Piraten überfallen? In der Sulu-See habe ich also damals ein fürchterliches Erlebnis gehabt. Ich war also von den Philippinen Richtung Borneo und bin also durch die Sulu-See. Ich hatte also Riesenprobleme, weil mein Autopilot ausgefallen war und musste also drei Tage von Hand steuern und war saumüde. Und habe dann in Gagian Island meinen Anker geworfen und in der Nacht bekam ich also Besuch. Ich habe einen elektronischen Hund, der mit einem Bewegungsmeller gekoppelt war. Der hat angeschlagen und da wusste ich also, dass jemand oben ist. Ich habe also hinten dann von meinem Achtercockpit rausgeschaut und dann standen mit dem Rücken zu mir mit Kalaschnikoff in der Hand zwei Piraten und haben da runter, wo mein Hund gebellt hat. Da habe ich also gar nicht lange gefackelt und habe auf die Typen geschossen. Und einer... Oh, what the fuck, Alter. Ich dachte jetzt gerade, er hat... Alter, was hat der denn für ein Schiff sich gebaut? Mit Autopilot und das und dies. Ich dachte jetzt, der ist auf irgendeinem Holzschiff unterwegs oder sowas, der sich selber gebaut hat, gefühlt. Zumindest wenn du das so hörst. Ja, der hat sich selbst ein Boot gebaut und so, aber der scheint ja ein richtig krasses Schiff zu haben. Und eine Knarre hat er auch auf dem Schiff. Alter. Ja, ich habe gar nicht lange gefackelt, ich habe direkt auf die geschossen. Ja, okay, klar. Also wenn da welche mit Kalaschnikoff auf dein Schiff kommen, ist natürlich auch nicht so angenehm. Aber krass, Alter. Erwartest du gar nicht so hier die Storys, die er raus hat, überkrass? Ich habe also gar nicht lange gefackelt und habe auf die Typen geschossen. Und einer fiel gleich über die Kante und der andere ist am Deck zusammengebrochen. Und der hat also dann, in der Zwischenzeit habe ich dann gemerkt, dass da draußen ein Kanu die Flucht ergriffen hat. Und dann, wie gesagt, der andere hat am Boden gejammert, den habe ich dann umgedreht. Und dann hat er mir den ganzen linken Unterarm aufgeschnitten. Und dann habe ich mir einen Prügel über den Schädel gehauen und bin also Anker aufgegangen und bin nach vorne geflohen. Mit dem Akzent ist das zu geil, wie er das erzählt und so, ne? Übertrieben. Ja, da habe ich wohl umgedreht, da hat er mir den Arm aufgeschnitten, da habe ich mir einen Prügel auf den Kopf gehauen. Alter, so eine richtig lebensbedrohliche Situation. Aber so wie er das hier gerade erzählt, kann man wirklich ein bisschen drüber schmunzeln, ne? Aber es ist schon eine krasse Geschichte natürlich, ne? Also es hätte natürlich auch ganz, ganz anders ausgehen können. Er hätte einfach draufgehen können an dem Abend, ne? Schon heftig. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, er hat es jetzt noch nicht erwähnt, ob die Piraten gestorben sind, die beiden, auf seinem Schiff. Aber, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht sagt er dazu noch was. Ich bin auf den Schädel gehauen und bin also Anker aufgegangen und bin nach Bonio geflohen. Jonas Otto fragt sich, was war der schönste Ort? Er muss der Fragensteller doch mal nachhaken, so. Die Story ist doch gar nicht, da fehlen doch noch Details, so. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was ist mit dem, hat er den Pirat dann, nachdem er mit dem Prügel auf den Kopf gehauen hat, hat er ihn dann von Wort geschmissen, ist dann abgehauen? Oder, was ist dann passiert? Das war doch jetzt eine super interessante Geschichte. Brutal interessant. Da hätte er viel mehr nachhaken können noch so. Das finde ich immer ein bisschen schade, dass die dann einfach so stumpf nächste Frage angehen, wenn er fertig ist mit Reden. Da hätte man noch ein bisschen nachhaken können. Indem du je warst. Die mikronesischen Inseln zwischen Hawaii und den Philippinen, weil da kommt kein Tourist hin. Und Tourist versaut einfach jede Kulturgesellschaft. Und in den letzten Jahren habe ich mich also nur da aufgehalten, wo eigentlich auch Weltumsegler nicht hinkommen, weil ich bin also von der Blauwasserroute, wo die einer dem anderen nachfahrt, bin ich also weggefahren und suche meinen Frieden bei Fischern und einheimischen Leuten, wo ich mich also wohlfühle. Und diese Herzlichkeit von diesen Leuten, das ist so etwas Gewaltiges, das kann ein Außenstehender gar nicht begreifen. Sympathisch der Mann, ich schwöre, der ist sympathisch. Der ist wirklich richtig sympathisch. Wie nehmen die dich auf? Da muss ich sagen, mit beiden Händen. Ich habe zum Beispiel in Nanomea, wo noch nie eine Segeljacht drin war, habe ich ein halbes Jahr bei den Einheimischen gelebt. Und die haben mich so als halben König da empfangen. Der Pastor hat also am Wochenende sogar teilweise die Kirche, also die Predigt in Englisch gehalten. Also diese Zeit werde ich nie vergessen. Es war also traumhaft schön dort. Biertane Börek fragt sich, was machst du den ganzen Tag? Wer ein Segelschiff hat, der weiß, was das bedeutet. Es geht auf dem Wasser fast alles kaputt. Man muss immer reparieren. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann bin ich also viel, viel unter Wasser. Wenn ich zum Beispiel in einem Atoll bin, wo ich leidenschaftlicher Taucher habe, weit über 6000 Tauchgänge, und fühle mich also unter Wasser so sauwohl. Und da ist also diese schweigende Welt, das ist also für mich ein absolutes Highlight. Digga, er genießt Leben. Er genießt das Leben. Ich schwöre, ich habe riesen Respekt vor diesem Mann. Ich habe so einen riesen Respekt vor dem Mann. Er genießt einfach sein Leben. Er gibt einen kompletten Fick drauf, was andere sagen. Juckt ihn überhaupt nicht. Ihn interessiert es nicht. Er gibt keinen Fick drauf, was andere sagen. Er lebt sein Leben. Er will das machen. Er macht das einfach. Er genießt diese Ruhe. Er genießt diese Natur, Kultur, also Kultur von Einheimischen und sowas. Er liebt Tauchen in diese ruhige Welt, sage ich jetzt mal, weil du bekommst ja nicht viel mit von der Oberfläche, so unter Wasser. Er hat ja gerade so schön beschrieben. Feiere ich total den Typen. Wirklich riesen Respekt. Gönn dir. Mich würde mal interessieren, wie er das so alles mitbekommen hat. Vielleicht kommt die Frage ja noch. So diese technische, die technologische Entwicklung. Er ist ja 1988 losgefahren. Hat sich ja ein bisschen was geändert seitdem. Hannah, der möchte von dir wissen, wer ist die interessanteste Person, die du auf deinen Reisen getroffen hast? Der interessanteste Mensch war für mich Sir Van Van, der von der englischen Königin 1977 geadelt hat, weil er den Kannibalismus gestoppt hat. Als die Lehbrüder aus Australien das Hochland entdeckt haben, hat er also diesen Frieden zwischen den Weißen und den Dingen eingeleitet. Er hat mir seine Hörlingswürde gegeben. Ich habe ihm eine deutsche Fahne geschenkt. Das war schon ein absolutes Highlight für mich. Abdur Rahman Dönmez fragt, hast du eine Schiffsflagge? Ja, logisch. Ich fahre unter deutscher Flagge, obwohl ich keinen deutschen Wohnsitz habe, habe aber einen deutschen Pass. Man muss ja also eine Flagge setzen. Was ich ja meistens aber nicht tue, zum Beispiel da, wo es jetzt so gerade rumsegelt, ist also eine deutsche Flagge an Bord nicht gerade vorteilhaft. Ja gut, dann würde ich die auch einfach nicht dran machen. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Dachte ich mir gerade schon, dass es bestimmt auch Gegenden gibt, wo es sehr praktisch ist, die deutsche Flagge zu haben und Gegenden, wo es vielleicht nicht so schlau ist. Ist also eine deutsche Flagge an Bord nicht gerade vorteilhaft, wie zum Beispiel jetzt Jürgen Kanter. Das war also nach dem Wahlerz, die da entführt sind, wo ich also die zwei erschossen habe. Die sind unter deutscher Flagge gefahren. Und das ist also natürlich für die Piraten sofort also ein Beweis. Hier kommt einer, der viel Geld hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was hat er gerade gesagt, dass er die zwei erschossen hat? Ich habe gerade nur verstanden, es wurde wer erschossen. Wer wurde erschossen? Das habe ich gerade nicht ganz genau mitgehört. Ich spiele jetzt Jürgen Kanter. Das war also nach dem Wahlerz, die da entführt sind, wo ich also die zwei erschossen habe. Ja, er hat die zwei erschossen. Krass. Die sind unter deutscher Flagge gefahren. Und das ist also natürlich für die Piraten sofort also ein Beweis. Hier kommt einer, der viel Geld hat. Predatorfe fragt sich, wie ist dein Boot ausgestattet? Das erste Boot, was ich also gebaut habe, nach 20 Jahren, habe ich dann leider Gottes in den Seychellen verloren. War also sehr luxuriös ausgestattet, mit Radar und GPS und Wetterkartenschreiber, allen drum und dran. Und das zweite Boot, was ich also nachdem, dass ich das verloren habe, habe ich mir also eine Defoe 35 zugelegt, eine gebrauchte. Und da habe ich also keinen Funk und nichts mehr. Also sehr primitiv. Und ich brauche also diesen ganzen Schnickschnack nicht, was heute die meisten Seglern für nötig finden. Bist du nie im Internet? Nee, nee. Internet ist für mich total Ding. Ich habe kein Handy. Nur in den letzten Jahren habe ich mir eins zugelegt, aber ich schaue manchmal tagelang überhaupt nicht rein. Dieser moderne Schnickschnack bringt mich also, ich habe kein Fernsehen und gar nichts, das bringt mich also bloß raus aus meinem Seelenfrieden. Zwei. Das dachte ich mir natürlich, dass er jetzt keinen Fernseher hat und wirklich irgendwo ein Tablet oder so ein Gedöhne, war mir schon relativ klar. Jemand, der sich aus Deutschland aufmacht, um 33 Jahre um die Welt zu segeln, der wird relativ wenig Interesse an Netflix und Co. haben. Ja, das war, ist jetzt nicht so abwegig. It Works fragt sich, fühlst du dich manchmal einsam? Nee, kenne ich nicht. Also Einsamkeit kenne ich nicht. Das musste ich aber erst in den letzten Jahren, also die ersten vier Jahre hatte ich eine Freundin dabei und seitdem bin ich also Einhandsegler und ich glaube, da muss man geboren. Ach lol, er hatte die ersten vier Jahre noch eine Freundin dabei, ja Ehrenmann, Alter. Läuft bei ihm. Aber selbst wenn nicht, ist er trotzdem glücklich, ne? Er fühlt sich nicht einsam. Ist schon krass. Ich glaube, also für mich wäre es vielleicht mal zwei, drei Wochen, was aber 33 Jahre? Nee. Ich bin dabei und seitdem bin ich also Einhandsegler und ich glaube, da muss man geboren sein dazu. Also ich bin nie einsam. Warum wollte die Freundin nicht mehr länger mitfahren? Naja, also die war segelmüde, sie war also öfter seekrank und naja, hatte dann manchmal keine Lust, wollte bei anderen Schiffen, die sich ja abends immer zusammensetzen bleiben und als sie dann von Neuseeland drauf elf Tage seekrank war, dann habe ich sie nach Hause geschickt. Die Gimbo möchte von dir wissen. Wie das so klingt, dann habe ich sie nach Hause geschickt. Tja, was ein Typ, wirklich, was ein Typ. Krank war, dann habe ich sie nach Hause geschickt. Die Gimbo möchte von dir wissen, gibt es etwas, das du von deinem alten Leben vermisst? Nee, gar nichts. Weil ich war also, wie gesagt, ein Kotzbrocken, hatte Geld, konnte man alles leisten und heute habe ich mich also zurückentwickelt, back to the roots bin, habe ein... Ich war ein Kotzbrocken, konnte mir alles leisten. Digga, was ein geiler Typ, man. Heute habe ich mich zurückentwickelt, back to the roots. Alter, ich feier den richtig. Und heute habe ich mich also zurückentwickelt, back to the roots bin, habe einen totalen inneren Seelenfrieden und ich möchte also das nicht mehr zurückhaben, was ich früher hatte. Peter Hase fragt sich, wie finanzierst du dein Leben? Das interessiert mich auch. Ich habe also eine Pension gehabt und meine Kunstmitte, die habe ich also veräußert und das hat also für 10, 12 Jahre gereicht und dann ging es also los. Was mache ich? Das Geld war aus und dann... Ich würde sagen, das reicht ja nicht für das ganze Leben, aber 10, 12 Jahre, da ist bei ihm schon richtig gut gelaufen früher. Dann ist es schon richtig gut gelaufen, wenn er für 10, 12 Jahre Kohle hatte. Not bad. Und dann ging es also los. Was mache ich? Das Geld war aus und dann habe ich also nach 10 Jahren den ersten Deutschlandbesuch gemacht und habe also mit Vorträgen angefangen, die also mords ein Erfolg waren. Die Seele haben sich gefüllt und seitdem nehme ich also unterwegs, auch immer wieder, wenn ich also zwischen schönen Inselwelten kreuze, nehme ich also Chartergäste mit. Diese beiden Dinge sind also meine Einnahmequelle. Jetzt hat in den letzten zwei, drei Jahren sind meine Bücher dazugekommen. Der Paradiesjäger und die wilde Südsee und die tragen auch dazu bei. Fallen Krass, Mann. Das ist so krass, oder? Aber ich gönne es ihm. Ich gönne es ihm richtig, dass er dann auch mit den Büchern noch Geld macht und so. Also wirklich, Props, Mann. So ein geiler Typ, ja. Aber dann muss er das ja wahrscheinlich, wird er das nicht alles als Bargeld dabei haben und so. Aber vielleicht auch doch. Ich kann es euch nicht sagen. Oder er hat ein Konto dann doch. Er hat ja auch noch einen deutschen Pass. Also wird er wahrscheinlich schon irgendwie ein Bankkonto noch irgendwo haben. Vielleicht auch irgendwie ein internationales oder so. Keine Ahnung. Wurde jetzt nicht genauer nachgefragt. Irgendwie wird er es schon hinkriegen, scheinbar mit der Kohle. Die wilde Südsee und die tragen auch dazu bei. Fallen Angel fragt sich, Was war die gefährlichste Situation, in der du je warst? In dem Jahrhundertsturm Zeitung Poly Richtung Antarktika runter mit 20 Meter hohen Wellen, der gleich 6, 7 Tage gedauert. Da hat man Zeit zum Nachdenken und da hatte ich teilweise Angst, bis es dann in einer Lethargie sich gewandelt hat, wo man sich ergibt und ja teilweise sogar mit dem lieben Gott spricht. Ja, die andere Situation ist vielleicht, als ich also nach Afrika kam und habe also mein Schiff einfach in einem Ich wollte gerade sagen, also das mit dem Piraten gehört ja wahrscheinlich auch dazu, die er abgeknallt hat. War ja jetzt auch nicht ungefährlich, sonst hätte er sie ja nicht erschossen. Und es vielleicht, als ich also nach Afrika kam und habe also mein Schiff einfach in einem Fluss reingehängt, habe meinen Rucksack geschnallt und bin zwei Jahre durch 30 Länder Afrika 52.000 Kilometer zurückgelegt und war zweimal im Gefängnis unter anderem. Auf alle Fälle hat mich also die Sicherheitspolizei dann sofort gekappert und habe mich eine Woche gequält und geschlagen und da habe ich gedacht, weil das war ja gerade die große Krise zwischen Nord- und Südsudan und da habe ich gedacht, das überlebst du nicht. Bastelt möchte... Okay, auch nicht geil. Auch überhaupt nicht geil. Von dir wissen, fühlst du dich an irgendeinem Ort heimisch? Ja, ich fühle mich da heimisch, wo absolut der Friede und das sind also bei armen Naturvölkern, Fischern etc. Mit denen kann ich zum Fischen rausfahren. Die haben kein Neid, was mir ja leider Gottes in Deutschland sehr ausgeprägt haben. Da fühle ich mich also wirklich heimisch bei den Leuten, weil jeder hat das Gleiche und keiner mehr kann mit irgendwas prahlen. Gottabi fragt sich, was war das Weirdeste, das du jemals gegessen hast? Das ist eine geile Frage. Ja, das war also in Aswat, wo also die Leute leidenschaftlich rohe Maden essen. Und das sind ganz fette Dinge wie so Engerlinge, zehn Zentimeter lang und die essen die roh und die habe ich am Anfang gebraten, hab's aber dann mich dann auch überwunden, hab's ja also auch roh gegessen. Haben so einen leicht nussigen Geschmack und der Geschmack ist also nicht widerlich. Okscha fragt sich, Boah, nee, Digga. No way. No way. Hast du dich während deiner Reise verliebt? Oh, verliebt muss ich nicht sagen. Ich hatte einige Mädels unterwegs. Ich hatte aber auch in Thailand und in Afrika längere Freundinnen und die zwei Personen habe ich also schon so ein bisschen geliebt, sagen wir mal so. Der Typ, ne? Der Typ. Er sagt gerade einfach so, ja, so ein bisschen geliebt. Er hat mit der einen einfachen Kind, Digga. Alter Schwede. Der Typ ist ja lachkig. Dann habe ich also schon so ein bisschen geliebt, sagen wir mal so. Daniel 999 fragt sich, wird das nicht irgendwann langweilig? Ne. Das kann also für mich nicht langweilig. Für die meisten Segler muss ich sagen, irgendwann haben sie die Schnauze vollen, wollen wieder nach Hause. Was bei mir also überhaupt nicht eintritt. Und ich werde also draußen weiter segeln, bis ich irgendwann runterfall. Ist mir scheißegal, wann und wie und was auf mich zukommt in den nächsten Jahren, weil ich habe so viel Freude am Globus und am Entdecken, dass ich also noch ewig weitermachen, solange es mein Körper mitmacht. Porsche möchte fragen. Schon ein krasser Typ. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen. Muss halt so gemacht sein wie er. Wenn du nicht so geboren bist oder das nicht in dir hast, dann machst du das einfach nicht. Du musst schon sehr speziell sein, um 33 Jahre einfach nur rumzusehen und durch die Welt zu marschieren. Einfach so. Es muss schon ein bisschen anders ticken. Von dir wissen, was hast du bei deinen Reisen gelernt? Ja, back to the roots. Das ist also meines Erachtens und das Wichtigste, was ich also auf diesen Reisen wirklich empfunden habe, dass man diesen ganzen Zivilisations-Schnick-Schnack alles nicht braucht und mit ganz einfachen, primitiven Dingen glücklich sein kann. Also, Geld versauten Charakter. Und Geld braucht man zwar, aber Raffen nach Geld, da habe ich also kein Einsähen dafür. Real Talk, Digi. Real Talk. Absoluter Real Talk. Muss nicht sein, dass Geld den Charakter verdirbt, tut es aber bei vielen. Tut es bei vielen. Und irgendwann verdirbt dieses Geld, dieses materielle Prahlen und danach streben wirklich den Charakter. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir alle bald wieder reisen können und demnächst schaut euch das Video von den Bauchrädern an und ich wünsche euch alle bleibt gesund und vor allen Dingen Zufriedenheit. Das ist das Wichtigste, was jeder Mensch braucht. Servus, euer Gangel. Geiler Typ, Mann. Sehr, sehr geiler Typ. Absolut geile Folge. Vielleicht eine meiner Lieblingsfolgen. Richtig sympathischer Gast. Richtig sympathischer Mann hier. Sehr, sehr cooler Typ. Checkt auf jeden Fall das Video aus. Natürlich von Hyperboreal. Lasst beim Original da, like einen Kommentar da und wenn ihr wollt, unterstützt den Gangel ein bisschen. Finanziell nehmt ihr ein Buch von ihm oder so kauft, wenn ihr Lust habt und ihn sehr sympathisch fandet. Sehr cooler Typ. Habe ich sehr gefeiert, das Video. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin. Macht es gut, haut da rein, bleibt vor allem gesund und ciao. bis zum nächsten Mal. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.